Oh, Wizz! Ich habe nichts gehittet, also so vor Eikon gerade. Oh, drop it. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ihr seht, ich habe wieder Kraft getankt, ich bin wieder gesund und dementsprechend knallt auch dieses Video hier rein, meine Freunde. Falls du neu bist, kannst du gerne mal ein Like und ein Abo dalassen für diese kranke Folge. Sehr geile Clips, krankböse Fails. Ja, und ich würde sagen, wir gehen in Black Ops 2 rein, wir gehen in Call of Duty Modern War For Me Remastered rein. Meine beiden Lieblings-CODs zur Zeit. Dementsprechend fallen auch die Clips und die Fails aus, finde ich persönlich. Man merkt, dass ich da Herzblut reinstecke. Der Cut ist auch sehr, sehr geil. Ich bin sehr überzeugt von mir, was dieses Video angeht. Und ja, schreibt mal in die Kommentare von 1 bis 10, wie gut ihr dieses Video fandet. Viel Spaß mit diesem Video, würde ich dann sagen. Wir gehen rein. Bis ich spawnen, muss ich immer warten, zwei, drei Minuten. Oh, das hätte ein Triple sein können. Auf Wiedersehen. So, zwei, zwei, zwei. So, zwei, 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 zwei. Neein. Warum war das alles blind, ey? Oh, ich hab genossen, weil da nur noch einer war. Scheiße. Ich kann noch Triplehead! So schön gelined und wirklich auf Kopfhöl gezielt. Ich bin ein größer Fan. Kann ich nur zurückgeben. Oh, Digga, die Lobby ist gerade so geil. Oh, fast tiefe Begitte. Das wäre auf jeden Fall ein super Big-Schlauen-Clip. Oh, ich bin ein bisschen streamer. Ich stream noch gar nichts. Boah, ich kann gerne BW2 streamen. Mal gucken, wie er spawnen. Mal gucken, Bro. Okay, genau. Schlaube auf VK. Waaaaassssas? GenStudable. , , , , , . Wir mussten beide selber den Killstreaks so gut. LOL! Nein, Digga, Mann. Das war irgendwie verbuggt, glaube ich. War aber eine schlechte Wahl, Bro. Ich bin mehr am Laufen. Jury haben Triple geschossen. Das war ein Spiel hundertprozentig. Mehr am Laufen als am Laufen. So ist das schon aus. Das war ja in Europa. War ja nicht wohl angeschossen, aber... Das sind die neuen. Digga, dieser Split... Dumm, Mann, Digga. Das wäre 5-1-Times-2 mit Pumpe, Digga. Basic, ready. Kade, ey. Ich wusste, dass sie das spawnen. Hier gab es 5 Leute. Das muss man sich mal vorstellen. 5 dumme Menschen sind in der Lobby. Die wollen Pipeline. Es bock 5 Pipeline 5. Das ist nicht normal. Das ist doch nicht normal. Das ist doch höhenverbrannt. Was ist das? Das ist doch... ... ... ... R700 Quartett aus Genda. Komm jetzt doch einen noch. Komm, 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 komm. OH! OH! DER GUNNER DER GUNNER DER GUNNER Hey Cray Näää Dikai den GROHIN Dikai den GROHIN Jaa Oh mein Gott! Check aus wie schnell man die drei Headshots... Ping, Ping, Ping! Oh Wizz! Go! Go! Wir haben einfach einen! Guck ihn dir an! Ja, was macht der? Ist das mit Bedeutung, Bruder? Nee. Zügel deinen Gaumen, du Hund! Ich denke, es ist toll, aber...